Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man bei Paypal Geld an Freunde kostenlos senden kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir in einen beliebigen Browser auf die Webseite www.paypal.com und dann natürlich auch mit dem entsprechenden Account einloggen. Anschließend haben wir auch schon die Möglichkeit, dass wir entweder rechts drüben mal auf den Button Senden klicken oder aber hier oben gibt es auch noch den Reiter Geld senden, wo ich jetzt einfach mal draufklicke. Als nächstes müssen wir einmal den Namen, die Handynummer oder auch wie es am häufigsten verwendet wird, die E-Mail-Adresse in dieses Feld hier eingeben. Wichtig ist, dass der Empfänger auf jeden Fall ein Paypal Konto haben muss und man soll natürlich unbedingt darauf achten, dass hier alles richtig geschrieben ist. Wenn man sich sicher ist, dann einmal auf diesen Empfänger hier draufklicken. Nun können wir mal noch den gewünschten Betrag oben eingeben. In meinem Fall wäre das 1 Euro und hier unten drunter noch eine Mitteilung hinzufügen. Das Ganze funktioniert ähnlich wie der Verwendungszweck bei einer Banküberweisung, also zum Beispiel Schuldenarbeit und wenn es dann passt, dann einmal auf Weiter bestätigen. Jetzt entscheiden wir uns, ob wir das Geld kostenlos an einen Freund senden möchten oder aber ob wir einen Artikel bzw. eine Dienstleistung bezahlen möchten. In diesem Fall wird der Verkäufer nämlich eine kleine Gebühr zahlen müssen, aber wir profitieren auf jeden Fall von dem Käuferschutz. Ich vertraue jedenfalls meinem Empfänger, weswegen ich einmal Geld an einen Freund senden auswähle. Und wir können auch noch eine kleine Zusammenfassung sehen, was wir jetzt auch wirklich verschicken. Hier oben ist nochmal der Betrag. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch noch die Währung ändern. Geld an einen Freund senden passt soweit. Und hier unten könnte ich jetzt auch noch natürlich ein anderes Bankkonto bzw. Guthabenkonto auswählen, wenn etwas hinterlegt ist. In meinem Fall passt es aber, sie zahlen 1 Euro. Damit bin ich auf jeden Fall einverstanden, weswegen ich jetzt auf den Button Zahlung jetzt senden klicke. Zum Schluss erhalten wir sofort die Bestätigung, dass wir jetzt 1 Euro an das entsprechende Empfängerkonto gesendet haben und da sollte normalerweise das Geld dann auch in den nächsten Minuten bereits auf das Guthabenkonto gutgeschrieben werden. Und somit haben wir bei PayPal jetzt auch schon Geld an einen Freund richtig gesendet. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebt hast, dass du dir PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.